Willkommen bei profischnapp.de hier im Fingen. Heute zeige ich Ihnen mal was anderes. Und zwar schicke Hocker, die ich sehr günstig einkaufen konnte bei einem Vorlieferanten von Ewald Schillig. Wir haben vier verschiedene Hocker im Angebot in etlichen Desserts zu wirklich unfassbar günstigen Preisen. Aber zuerst einmal zeige ich Ihnen die vier Hocker. Hier habe ich das Modell Stronzo, zum Beispiel im Look Orna Braun, oben Mikrofaserbraun, seitlich Möbelstoff, hochwertiger Flachgewebe, Schakarstoff mit dem Ornamentsmuster und den Reißverschluss abziehbar. Ja, der Hocker wurde verkauft für 98 Euro, bei uns jetzt 39 Euro inklusive Versand, fester Schaumstoffkern. Sie sitzen hier richtig stabil drauf. Der Hocker ist etwas höher, sodass auch Erwachsene hier wunderbar drauf sitzen. Dann was ganz anderes habe ich hier mit Modell Holli, das ist ein Softlocker, wie Sie es kennen vom Sitzsack, mit Styroporkügelchen drin. Und Holli hat hier einen Kunstlederkäter und einen praktischen Tragekläfer. Holli ist ideal, so zum Lümmeln auf dem Boden, ja, oder auch ideal, um die Füße hochzulegen auf dem Sofa. Ja, damit man eine Herzwaageposition erreicht. Holli habe ich in verschiedenen Farben, in Blau, in Violett, Grün und so weiter. Und Holli kostet nur 33 Euro inklusive Versand. Dazu gehört der Kollege von Holli. Der Kollege von Holli heißt nicht Holli, sondern Rondo, weil er rund ist. Gleiche Machart, Styroporkügelchen, hochwertiger Stoff, Keder und auch hier der praktische Tragegriff. Ideal auch zum Mitnehmen, wenn man eine Sitzgelegenheit irgendwo braucht. Oder eine Liegegelegenheit oder eine Kopfgelegenheit oder die Füße hochlegen will. Rondo und Holli. Und dann habe ich hier noch Bella. Bella ist wieder kein Softhocker, sondern ein Vollschaumhocker mit verschiedenen interessanten Mustern in Rund. Etwas niedriger wie Stronson, aber immer noch super gut zum Sitzen. Und mit Bella sind sie absolut gut aufgestellt, um ein bisschen Farbe reinzubringen in ihre Wohnung. Wir haben hier ganz tolle Kombinationen, vielfältige Kombinationen. Kostet nur 35 Euro inklusive Versand. Mein Tipp, nehmen Sie die Hocker, um Ihre Wohnung ein bisschen farblich aufzupeppen. Oder auch, um es sich noch bequemer zu machen, wie bei meinem Liebling hier. Bei diesem Modell Rondo oder Holli. Hier können Sie natürlich wunderbar die Füße hochlegen. Die Preise sind unglaublich, weil es ein Posten ist. Weil es 150 Stück sind, die es so nicht mehr geben wird. Wir verkaufen täglich. Also suchen Sie sich einen schönen Hocker raus oder mehrere. Und schnappen Sie zu. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt. Wann sehe ich Sie in Impfingen?